Singapur Einst ein einsames Piratennest hat die Insel in den letzten 200 Jahren eine steile Karriere hingelegt. Heute eine pulsierende Weltmetropole. Bei einem Streifzug durch die 5 Millionen Stadt erlebt der Besucher, zumindest kulturell, verschiedene Länder Asiens. Wie hier zum Beispiel Chinatown mit den großen Einkaufszentren und den verschnörkelten Stadthäusern. Oder Little India, einem von überwiegend Indern und Tamilen bewohnten Stadtteil. Oder Kampongram, einem Viertel der muslimischen Malayan. Der Stadtteil Chinatown gehört zu Singapurs beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Chinatown kann man gut zu Fuß erkunden, denn vieles liegt nah beieinander. Und ein Spaziergang durch die Straßen mit den kleinen, charmanten Häusern ist an sich schon eine interessante Abwechslung zu den Hochhäusern an den Hauptstraßen. Das historische Herz Chinatowns zeigt sich heute wunderschön renoviert. Zahlreiche Häuser sind in zarten Pastelltönen gestrichen und schöner, als sie es jemals waren. Chinatown, ein quirliger Ort voller Leben und Farbe. Little India ist in erster Linie tamilisch geprägt. Die meisten der frühen Einwanderer stammten aus der indischen Region Tamil-Nado. Heute gesellen sich aber auch Inder aus anderen Landesteilen hinzu. In Little India ist der Subkontinent in seiner ganzen kulturellen Vielfalt zu Hause. Nichts zeigt dies besser, als ein Streifzug durch diesen interessanten Stadtteil. Nicht versäumen sollte man den farbenprächtigen Basar, der in den Seitenstraßen zu finden ist. Und dann hier die Little India Arcaden. Sie stammen aus den 1920er Jahren und ziehen sich hunderte Meter an der Hauptstraße entlang. Handwerk und viele verschiedene Gewerbe sind hier anzutreffen. Im inneren Läden mit tollen Saharistoffen in allen Farben. Und eine Vielzahl von Schmuckgeschäften, die verlockend glitzern. Wo muslimische Malaien lange vor der Ankunft der Briten siedelten, verwandeln Cafés und Boutiquen Camp Honglam heute zu einem beliebten Szeneviertel. Die nur wenige hundert Meter lange Arab Street hier ist nicht nur bekannt für ihre bunt bemalten Stadthäuser mit prächtigen Fassaden, sondern auch für traditionelle Kleider der Muslime und allerlei Accessoires für Mekka-Pilger. Von orientalischen Gebetsteppichen bis hin zu Seidenschleiern ist hier auf einer Straßenseite alles zu haben. Auf der anderen Seite reizt sich ein Café und Restaurant an das andere, mit einem tollen Blick auf die Sultanmoschee. Ebenso in den Seitenstraßen, nur Geschäfte und Cafés. Künstler finden hier reichlich Motive. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Als der Singapur-Flyer 2008 eröffnete, war er die Sensation. Ein 165 Meter hohes Riesenrad, das sich im Schneckentempo dreht und von dem sich fantastische Ausblicke auf Singapur bieten. Im Singapur-Flyer sitzen oder bewegen sich die Gäste in komfortablen, großen Gründen und blicken durch blau-grün getöntes Glas auf die Stadt und die Meeresbucht. Eine Runde oder ein Flug, wie es offiziell heißt, dauert 30 Minuten. Die Night-Safari ist noch beeindruckender als der Zoo selbst. Mit der Bahn wird der Besucher durch das nächtliche Gelände gefahren, um nachtaktive Tiere zu beobachten. An bestimmten Haltepunkten kann man sogar aussteigen und bis zum nächsten Punkt zu Fuß weitergehen. Eine Rundfahrt mit der Bahn ohne Aussteigen dauert 45 Minuten. Ein faszinierendes Erlebnis, bei dem man manchmal tatsächlich den Eindruck hat, in freier Wildbahn zu sein. Zunächst erscheint er wie eine Fata Morgana, denn so etwas kann es eigentlich gar nicht geben. Das Marina B. Sens Hotel, ein Hotelkomplex, der im Jahre 2010 eröffnet wurde. Drei nebeneinander, etwas schief aussehende Hotelbauten, oben durch eine Schiffskonstruktion miteinander verbunden. Der Effekt ist absolut verblüffend. Das sogenannte Schiff bildet das oberste der 55 Stockwerke, auf dem sich der Skypark befindet. Hier in 200 Meter Höhe ist der Skypark mit einer Besucherplattform ausgestattet. Die Aussicht vom Skypark ist großartig. Im Westen überblickt man die grandiose Skylanderstadt, bei gutem Wetter morgens noch in relativ zartem Sonnenlicht. Hier der 100 Meter lange Swimmingpool, der nur Hotelgästen zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite geht der Blick auf die großen Gewächshäuser. Und auf eine besondere Gartenanlage, Gardens Beise B. genannt. Gardens Beise B. ist ein großartiger tropischer Park mit künstlichen, 25 bis 50 Meter hohen, solarbetriebenen Superbäumen, die abends in faszinierenden Farben leuchten. In der tropischen Gartenanlage, mit einem Blick auf das 200 Meter hohe Sens Hotel unterwegs, gelangt der Besucher zum Flowerdom, dem Blumendom und später zum Cloud Forest, dem Nebelwald. Es sind die größten, freitragenden und voll klimatisierten Gewächshäuser der Welt. Besucher können Wüstenpflanzen aus der ganzen Welt entdecken, durch das weitläufige Blumenfeld schlendern und sich mit Barobabs, Sukkulenten und einer Vielzahl von Baumarten aus Südafrika, Australien und des amerikanischen Kontinents vertraut machen. In zwei überdimensionalen Glasröschern erlebt man, was die Natur zu bieten hat. Es gibt Orte, an denen man einfach stehen bleibt und nur erstaunt. Singapurs Architekten haben sich hier wieder mal selbst überdorfen und etwas geschaffen, was jährlich tausende Besucher anlockt. Einen kühlen Nebelwald mit einem 35 Meter hohen Nebelberg, der mit Orchideen, Farnen und Bromelien übersät ist und den höchsten Innenwasserfall der Welt beherbergt. Eine gigantische Nachbildung des Klimas eines Bergregenwaldes, wie er in einer Höhe von 1000 bis 2000 Meter anzutreffen ist. Der Cloud Forest beherbergt eine riesige Menge exotischer Pflanzen, Blumen und Bäume. Auf dem Skyway, einer langen Brücke, lässt sich das Naturspektakel in 30 Meter Höhe entdecken. Der Tropenpark lockt aber nicht nur mit zahlreichen botanischen Anlagen, sondern auch mit atembehorbenden bis zu 50 Meter hohen Vertikalgärten und einem Wandelgang, dem Skyway, der sich zwischen diesen besonderen Gärten entlangschlängelt. Tropische Kletterpflanzen und Fahne fanden hier eine Heimat und häufige Gewitterschauer sorgen für eine ausreichende Bewässerung. Und diese Superbärme sind es, die jeden Abend Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammendringen und für ein verrücktes, musikalisches Lichterspektakel sorgen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020